Eine neue Runde des Subnautica, schön, dass ihr da dabei seid. Und ich habe gut gespeist, das heißt, also hier im Spiegel, nein im Real Life natürlich auch. Und das heißt, wir bauen heute noch ein bisschen weiter um. Wir haben ja letztens mal begonnen, eine ganz neue Ordnung da reinzubringen, da wir einfach viel zu kleine Schränke hatten, beziehungsweise zu wenige mit viel zu viel Müll drin. Ich habe jetzt schon mal aussortiert, also der hier ist fast leer. Der hier ist wirklich nur noch mit Medi-Packs und Essen und ein bisschen Ausrüstung. Das werden wir aber auch noch ändern. Und hier habe ich schon mal begonnen, die Samen reinzupacken. Samen heißt für mich aber, da sollen wirklich nur Samen rein. Deswegen werden wir diese ganzen Proben und Schweber und Sonstiges hier rauspacken. Mal gucken, dass ich nicht so viel reinpacke. Und hier wirklich nur die Samen rein. Macht, glaube ich, am meisten Sinn, Samen hier reinzupacken. Denn wenn wir was anpflanzen, ist es eh meistens hier unten. So, ähm, jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken. Genau, um den Raum müssen wir uns natürlich auch noch ein bisschen kümmern. Haben die noch nicht mal gescannt? Der Arm. So, die Melone. Die Frage ist jetzt, wie ich da wieder Samen rauskriege. Gar nicht. Das dachte ich mir fast. Verdammt. Jetzt pflanze ich sie wieder an. Mal gucken. Ah ne, die ist jetzt einfach hier drin. Ah, so. Genau. Mein Ziel wäre nämlich, dass wir hier noch ein paar mehr von denen anpflanzen. Zwar so viel wie geht, logischerweise. Fremde Pflanzenprobe. So. Perfekt. Ähm, etwas aus dem Konzept draußen. Nein, ich wollte jetzt hier zurückgehen. Ähm, noch ein bisschen Kupferdraht holen. Die ganzen Pflanzensachen einsortieren. Die bekommen hier nämlich ihr eigenes, ihr eigenes, äh, Regal. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Bei verarbeitet müsste jetzt noch Kupferdraht drin liegen. Jawohl. Wir werden aber nochmal zwei oder drei brauchen. Jetzt gucken wir erstmal, wo war denn das Schild? Das war, glaube ich, hier. Genau. Ein Schild hier drüber. Da machen wir jetzt, na, wieder das gleiche Spiel. Und zwar pflanzlich. Oh, hat mich verschrieben. Pflanzlich. So. Müssen wir noch ein bisschen größer machen. Jawohl, ja. Und jetzt kommt da alles rein, was wir an pflanzlichen Dingen haben. Seien es Proben, sei es diese Säurepilze für die Batterien. Alles, was wir hier haben, Teltpilzenzyme. Das ist gut. Alles, was wir hier haben, kommt da rein. Jetzt muss ich an den Normalschrank. Eins, zwei, drei, vier. Dann nochmal schnell Kupferdraht herstellen. Ihr merkt, die Ressourcen werden knapp. Heißt, einfach bei der nächsten Tour wieder ein bisschen Kupfer mitbringen. Das sind zwei Schilder. Das sollte uns unten reichen. Jawohl. Hier können wir natürlich noch ein bisschen Deko anbringen. Für wen es jetzt hier so ein bisschen langweilig ist, können wir noch meinetwegen ein paar Wandregale, solche Dinge hier reinbauen. Aber ich würde erstmal gerne primär wirklich gucken, dass es tatsächlich ein Lagerraum wird. Unten im Lagerraum hat einen Tisch relativ wenig zu suchen. So. Jetzt gehen wir mal runter und beginnen unten umzusortieren. Einfach nur, damit alles vernünftiger wird. Wir hatten hier die Samen. Der Schrank war leer. Da würde ich gerne die Nahrung reinpacken. Also alles an Nahrung. Wir benutzen es zwar immer nur, wenn wir durch die Gegend flitzen. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Farbe geändert habe, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie hatte ich das geschafft. Hier nicht. Egal. Hier soll die Nahrung rein. Die haben wir ja noch hier irgendwo rumfliegen. Seht ihr? Ich kenne mich selbst schon wieder nicht aus. Hier soll alles, was an Nahrung noch da ist, soll da rein. Also sprich Wasser und diese Energieriegel. Die Ausrüstung soll hier rein. Da, wo sie jetzt auch schon ist. Da können wir jetzt noch ein Schild basteln für die Ausrüstung. Macht es immer auf, obwohl ich es nicht will. Wupp, wupp. Ausrüstung. So. Und dann kommt hier noch ein Schild hin. Also für wen das jetzt langweilig ist, dann müsst ihr diese Folge leider skippen. Denn ich glaube, viel mehr werdet ihr nicht sehen. Ach, da unten ist die Farbe. Man sieht sie nicht. Passt mal auf, wenn ich es klein mache. Da. Aber mir passt das schon so. Das ist schon alles gut. Also, ist okay. Und da hatten wir Medizin. So. Ich denke, jetzt ist das Ganze... Das machen wir nochmal weg. Das sieht doof aus. Das ist total falsch gesetzt. Das ist total falsch gesetzt. Auf die Höhe. Was hatten wir da? Samen. So. Perfekt. Ich denke, so findet jeder Blinde. Beziehungsweise jeder Einbrecher weiß direkt, wo was ist und kann sich das Ganze dann rausnehmen. So ungefähr sollte es jetzt hier unten sein. Wir haben die Samen, wir haben die Nahrung, die Ausrüstung, die Medizin. Das heißt, hier ist unser Raum, den wir definitiv betreten werden, wenn wir irgendwo raus müssen. Und schon wieder eins fertig. Und wir haben jetzt vor allem Schilder drüber. Die Schränke sind nicht mehr ganz so voll. Wir haben ein bisschen mehr Überblick. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Da haben wir Batterien. Da haben wir... Das wäre zum Beispiel ein Samen, den wir mitnehmen sollten. Hier haben wir Kreatureneier, die können wir mal lassen. Die Gravitationsfalle ist ja im Prinzip auch eine Ausrüstung. So. Dann haben wir hier einen Samen. Und ihr seht, es ist schon einfach jetzt viel mehr Platz da. Zur Ausrüstung könnte man jetzt natürlich auch noch sagen, hier, komm. Die zwei Batterien, die packen wir da mit rein. Das ist so eine Sache. Oben soll das Rohstofflager sein. Hier soll wirklich das sein, was wir täglich brauchen. Was wir benutzen an Geräten, an Ausrüstung. Und was habe ich denn da reingepackt? Die Rubine. Natürlich jetzt mit hoch. Das Ding können wir dekonstruieren. Das brauchen wir hier nicht mehr in dieser Konstellation. Da ist nur... Da machen wir mal... Aber die machen... Die Module machen hier unten Sinn. Da schreibt man mal Eier rein. Na? Nicht Weier. Ah ja. Und hier schreibe ich mal Module rein. So. Ich weiß, es war längst überfällig. Dass wir diese Art von Ordnung hier mal reinbringen. Jetzt haben wir es geschafft. Und ich finde, es sieht mega, mega gut aus. Vor allem, wie gesagt, macht es auch Sinn. Was ich jetzt noch gerne hätte. Aber ich glaube, das wird nicht möglich sein. Nee. Das wird nicht gehen. Jetzt guckt... Lass mich mal ganz kurz einsortieren. Dann kann ich euch von meinem Plan gleich mal ein bisschen erzählen. Jetzt... Jetzt kommen wir tatsächlich an den Punkt, an dem unser Inventar hier schon wieder nicht reicht. Geht gar nicht alle Rubine rein. Halb so wild. Plan B. Plan B. Titan darf ich noch nicht wegpacken. Aber das darf ich wegpacken. Wir machen tatsächlich ein... Ein... Ein eigenes Rubinfach. Warum nicht? Warum nicht? Wird ja kein... Vor allem ist ja gar kein anderer da, der meckern könnte. Rubine. Brav alle Rubine da rein. Dann wissen wir zumindest immer, wo die sind. Hier sind unsere Batterien. Die leeren. Falls wir da welche brauchen. Und hier sind unsere Rubine drin. Sehr, sehr gut. So. Was wollte ich machen? Genau. Ich wollte mal gucken. Und zwar... Wäre es ja cool, wenn man das Ganze auf dieser Etage... Hier... Vielleicht doch noch mal... Ähm... Mit dem hier verbinden könnte. Aber ich glaube, das wird schwierig. Sieht zumindest schwierig aus. Lasst mich mal denken. Lasst mich mal probieren. Das ist das, was man hier... Machen müsste. Müsste probieren. Sieht doch ganz gut aus, oder? Ich bin jetzt einfach mal... Mit unserer Hüllenstruktur killen. Bin ich mir sicher. Genug Titan. Da müssen wir jetzt mal unser ganzes Titan schnappen. Ich möchte... Also meine Idee wäre, dass man dann doch vielleicht irgendwie hier... Ähm... Mit einer Art... Tunnel... System... Von unten da reinkommt. Probieren wir jetzt einfach mal. Also quasi von... Von innen, ne? Dass wir nicht... Äh... Dass wir... Dass wir einen einfacheren Weg... Dass wir unten geradeaus entlang latschen können. Nehmen wir mal alles mit. Wir können es ja wieder abbauen. Wenn es schief geht, bauen wir es wieder ab. Ist ja alles... Alles... Äh... Denk- und machbar. Das war schon mal doof. Denn, äh... Was ich gerade vergessen habe... Wir müssten hier ja so ein T-Stück einbauen. Das heißt, die Kurve müsste raus. Da sind Befestigungskomponenten. Okay. Lasst mich kurz denken. Da geht es raus. Dann geht es hier rum. Was genau da drin sind? Das sind Befestigungskomponenten. Wir gucken mal. Tauchen mal schnell da rein. Oh, das ist die falsche Etage. Wir gehen dann hier. Wir gehen dann hier. So. Wir kommen hier... Hier entlang. Hier entlang. Ah, wahrscheinlich die hier. Wenn ich den Schott hier aber wegnehme. Komm, wir probieren es. Befestigungselemente 2. Spind ist nicht leer. Hier ist kein Spind. Aber das hatten wir doch schon mal, ne? Dieses doofe Problem. War die Leiter das Problem? Weil das ist ja nur dieser Bogen. Ich glaube, vor diesem Problem standen wir schon mal. Und haben den Spind nie wieder gefunden. Ist ja wirklich nur dieser Bogen hier. Genau. Der Spind ist nicht leer. Und hier war aber kein Spind. Deswegen konnten wir dieses doofe Ding nicht dekonstruieren. Was uns jetzt wiederum definitiv einen Strich durch die Rechnung macht, ne? Schade. Schade. Ne. Dann, äh... Dann bleibt es so. Wie es ist. Dann basteln wir da gar nicht groß dran rum, sondern basteln hier lieber an. Also mehr, ne? Hier könnte man zum Beispiel das Fenster weg machen. Dann hier entlang. Da haben wir dann ja riesig Platz. Zum Beispiel könnten wir... Hier den nächsten Scannerraum hinsetzen. Ne, hier mag er nicht. Warum mag er hier nicht? Weil das Fenster ist vermutlich, ne? Will er auch nicht. Wäre es gut, wenn sie uns sagen würden, warum es nicht geht. Das wäre eine... Wäre noch so eine kleine Sache. Dass er sagt hier... Pass auf. Du kannst da nicht bauen. Weil. Das wäre, fände ich, noch... Noch sehr hilfreich. Wenn sie das noch irgendwie da implementieren könnten. Aber theoretisch sind uns hier ja keine Grenzen gesetzt, ne? Wir können hier ja bauen und bauen. Vor allem hier. Hier entlang können wir bauen. Also wenn wir Platz brauchen, bin ich mir sicher, dass wir Platz finden werden. So, kurz atmen. Jetzt darf ich nicht vergessen, unten den Schott wieder hinzubauen. Und vor allem die Leiter. Suche ich später wieder Schott und Leitern. Leiter. Da. Ne, da war sie. Entschuldigung. Hier. Wupp. Und das Schott war hier. Dass unsere Hüllenstärke hier nicht flöten geht, ne? Wäre eine hässliche Sache. So. Hier kommen wir ins Gewächshaus. Das wächst und gedeiht. Sehr gut, finde ich. So. Das ist der Orangenpilz. Hier wollte ich ja so ein bisschen... Äh... Noch mehr, noch mehr reinbringen, ne? Hier wären noch ein paar Beete ganz schön. Wenn wir hier... ...bauen... ...könnten. Aber gut. Gucken wir mal. Oh. Falsches Gerät. Wo waren die denn? Der Innenbeetkasten. Also hier würde definitiv noch... Kein... Ach nee. Warum nicht? Ist auch noch ein bisschen komisch. Die Hitbox von den Dingern ist wahnsinnig. Sehen wir mal, ob wir den hier... Den nehmen wir mal komplett weg hier. Bauen wir das mal ab. Vielleicht passt dann einer hin. Hup. Ja. So ist schön. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen was anpflanzen. Von diesem ganzen Zeug. Vor allem... So. Da haben wir jetzt nur eine von bekommen. Warum? Ich hatte... Ich hatte das Inventar voll. Och, Mami, wie doof. So. Jetzt haben wir zwei Ming... Samen. Das heißt, wir können das Ganze jetzt hier so ein bisschen... Vermehren, ne? Das wäre so mein eigentliches Ziel gewesen. Da hauen wir da einmal drauf. Und hauen da einmal drauf. Und pflanzen das Ganze hier... Wieder so ein. Und dann wird es ja Stück für Stück... Kriegen wir mehr davon. Können wieder Samen ziehen. Und so weiter und so fort. Sehr gute Sache. Hier haben wir Wasserfischchen drin. Und hier haben wir die normalen Fischchen drin. Da müssen wir wieder fischen gehen, denke ich. Ja. Wasser haben wir ganz wenig. Och, ich würde sagen, komm, das machen wir mal zum Abschluss der Folge. Das war doch eigentlich ganz lustig, oder? Mit der Gravitationsfalle. Hier ist sie. Fand ich ne richtig... Ehrlich gesagt, ne richtig coole Sache. Bisschen makaber. Aber lustig. So, jetzt gehen wir mal irgendwo hin. Och, eigentlich können wir sie gleich mal hier rauslassen. Irgendwo hin, wo... Wo ein paar mehr Fische sind. Lassen das Ding mal los. Mal da hingehen. Da, wo halt die Fische sind, die wir wollen. Komm, wir schmeißen sie hier mal raus. Wupp. Und jetzt fängt uns das Ding... Sämtliche Fische ein. Wir brauchen eigentlich gar nicht viel... ...zu machen. Nein, Falschtaste. Das sind natürlich alles die Falschen. Wobei, du bist... Du bist essbar. Ich will nicht. Alles, was essbar ist, nehmen wir mit. Kann man die so klein... Wenn man sie anschnitzt. Ich nehme natürlich auch mit den Klubscher. Das ist das Angeln der Neuzeit, ne? Na? Nehmen wir ihn endlich. Dann mal kurz durchatmen. Wir scannen die mal ganz kurz. Och, jetzt scannen wir ihn halt endlich zu Ende. Kaninchenfisch. Was kann das? Als pflanzenfressende Meeresbewohner scheinen Kaninchen... Ach, Rochen heißen sie. Ein rückes und einstiegärisches Leben zu führen. Mit wenig Fressfeinden einer angeborenen Neugier und außergewöhnlich giftigem Fleisch. Zwei Ohren. Äh, na, na, na. Nicht essbar, aber harmlos. Okay. Ja, dann sind die halt schönes Mitbringsel, ne? Also Fische-Scannen ist echt nicht einfach. Das muss man mal so stehen lassen. Haben wir denn noch alles hier? Alle mitkommen. Wo ist das letzte Klubschauge? Komm her! Also ich bin irgendwie noch ein bisschen zu doof, die zu fangen. So, jetzt reicht es aber auch mal. Weil wir bräuchten ja noch ein bisschen was, äh, ein bisschen was, was Wasser bringt. Das wäre, denke ich, noch hilfreich, ne? So, dann schwimmen wir mal dahinter. Finden wir hier irgendwo noch so ein paar Wasserfische. Ihr wisst, was ich meinen Wasserfisch kenne. Natürlich ist das halt doof, ne? Echt? Hier sind dafür ganz viele Klubschies. Ganz, ganz viele Klubschies. Boah, ich... Brauchen wir gerade nicht. Wir hätten gern was... Wasser zu gewinnen. Da ist einer. Da sind mehrere. Oh. So. Und warten. Da kommt schon der erste direkt vor uns geschwommen. Nein, das habe ich noch ausgelassen. Das war nichts in der Sache. Ich nehme jetzt gezielt nur die... die Wasserfische mit. Weil ich glaube... Das waren schon alle, ne? Na, da ist noch einer. Also ich finde diese... diese Angelmethode echt genial. Einfach warten... und einsammeln. Klubscher. Klubscher. Frisbee-Fisch. Ne, Boomerang-Fisch heißen sie. Noch ein Klubscher. Jetzt ist unser Inventar auch gleich massivst voll. Wir nehmen das jetzt mit. Gravitationsfalle. Inventar. Och nein. Da müssen wir jetzt einmal kurz zurückschwimmen. Wird die mir angezeigt? Die wird mir nicht angezeigt. Kann das sein? Nein, die wird mir nicht angezeigt. Das ist doof. Da müssen wir uns kurz merken, wo sie war. Und zwar... Süden. Naja. So ganz. Ich hoffe, wir finden sie wieder. Ich hoffe, wir finden sie wieder. Bin natürlich ganz falsch geschwommen. Ganz falsch geschwommen. Denn hier sind wir jetzt ja erstmal falsch, ne? Und zwar massivst falsch. Jetzt bin ich ja noch in die falsche Richtung gerannt. Oh Gott, Mimi. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und zwar müssen wir runter. Und da lang. So. Hier kommen die ganzen Wasserfischchen rein. Da kommen die ganzen essbaren Fische rein. Und den Rest an Fischen packen wir hier rein. Oh, da ist auch schon kein Platz mehr. Dann würde ich sagen, fröhliches Grillen. Da sollte man vielleicht hin, ne? Und wenn wir das Ganze pökeln. Und wenn wir das Ganze pökeln, dann hält das deutlich länger. Und Salzablagerungen hatten wir eigentlich 1, 2, 3, 4, 5... Moment, nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind 12. Die werden wir gar nicht alle hier reinkriegen. Die wir brauchen. Aber jetzt können wir doch mal anfangen und so gepökeltes Zeug da machen. So, gepökelt. Macht ja Sinn, ne? Ob es jetzt durstig macht oder nicht, ist im Prinzip eigentlich erstmal egal. Weil Wasser kriegen wir immer. Aber so hält sich zumindest der Fisch hier ordentlich lange, ne? So, jetzt gehe ich davon aus, dass wir keine... Kein Salz mehr haben, ne? Also hier einstecken. Was brauchen wir noch? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, was pökeln wir jetzt noch? Bumerang. Wir pökeln noch einen Bumerang. Perfekt. So, einmal alles hier gepökelt. Aber gibt wahnsinnig viel Nahrung. Das ist im Prinzip genau das, was wir brauchen. Perfekt. Dann haben wir das mit dem Pökeln auch mal raus, wie es funktioniert. War ja im Endeffekt ganz einfach. Aber wie ich finde, doch sehr effektiv. Wenn sich es jetzt noch lang genug hält. Das ist jetzt die Frage. Aber wir können ja immer das jetzt zuerst essen. Also wenn wir Hunger haben, knappen wir uns erstmal so einen hier. Verdrücken den. Und trinken dann halt noch einen Schluck Wasser. Bei Wasser jetzt ja auch schon schwierig wird. Da hatten wir ja gesagt, wir lassen da von jedem mal einen drin. Also die können wir zur Not hier essen. Ne. Perfekt. Wir nehmen noch das Medikit hier raus. Packen es noch ganz brav in den Medizinschrank. Und dann sind wir für heute auch schon leider wieder am Ende. Beim nächsten Mal werden wir uns natürlich wieder auf Erkundungstour gehen. Ich würde auch ganz gern mal, das haben wir schon einige Folgen hier ausgelassen, die ganzen Informationen hier lesen. Also die hier. Beziehungsweise eigentlich wichtiger. Okay. Das ist eigentlich, was wollte ich denn sagen? Hier. Da haben wir ja wieder einen Haufen, äh, einen Haufen Dinge, die wir mal wieder uns angucken müssten. Ne, Ventilatoren zu öffnen, Fremderbogen und so weiter. Öffentliche Dokumente. Ähm. Wir haben ja vieles jetzt schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr gelesen. Und das sollten wir uns mal ganz in Ruhe angucken, würde ich sagen. Das können wir dann in den nächsten Folgen auf jeden Fall angehen. Bilder haben wir auch schöne gemacht. Wunderbar. Äh, Aero-Gel können wir mittlerweile herstellen, wenn wir jetzt mehr Gelsäcke finden. Und wenn wir das haben, geht es ja auch langsam so in Richtung der coolen, der richtig coolen, äh, Sachen. Hier, zum Beispiel das Triebwerk könnten wir schon bauen. Ähm. Jetzt lasst mich mal ganz kurz gucken, bevor ich euch anlüge. Genau. Ah, also wir haben den, den, die Zyklopenbrücke. Wir haben den, die Zyklopenmaschine. Den Rumpf haben wir fast. Ähm. Den Zyklopen selber noch nicht. Aber das, das kommt alles Stück für Stück. So ein Wärmekraftwerk wäre auch cool, wenn wir mal irgendwo aufbauen. Wobei aktuell, ähm, würde ich es nur bauen, um es mal gebaut zu haben. Und dafür ist mir das Material, ehrlich gesagt, noch ein bisschen zu teuer. Wir müssen auf jeden Fall Wrack suchen gehen. Ihr seht es, Energiezellenladestation brauchen wir. Wir brauchen die Modifikationsladestation, äh, die Modifikationsstation, die Batterieladestation. Lauter solche Dinge. Ähm. Ähm, das gucken wir uns alles an. Ich überziehe schon gerade wieder maßlos. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ihr dürft gespannt sein aufs nächste Mal. Und, ja, einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis dann. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut.